Hi, Tag 4. Heute wird es ein bisschen Cardiolastik, deswegen stellt euch gleich was zu trinken hin. Wir haben wieder eine Minute Übung, eine Minute Pause und eine Minute die zweite Übung. Übung Nummer 1, Hampelmänner. Füße geschlossen, Hände an die Seite und dann oben zusammen und unten fast zusammen. Ihr müsst nicht ständig mit euren Sprunggelenken aneinander schlagen, aber guckt also die Füße so weit wie möglich unten schließen. Und hier auch gleichmäßig, ruhig durch, die Minute füllen, nicht ballern und dann ist nach 30 Sekunden Feiern. Dann habt ihr Minute Pause und dann Climbers. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz und dann setzt ihr quasi den Fuß immer schön dynamisch neben eurer Hand auf. Also, bleibt dynamisch. Minute versuchen gleichmäßig mit der Hand zu füllen. Minute Pause und dann das nächste. Versucht euch weh zu tun, ich sage es immer wieder. Bis morgen zur letzten Challenge. Ciao.